Hallo, 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 herzlich willkommen hier von Banks Games mal wieder. Heute geht es um mein Kanalvideo. Ich hab mir gedacht, ich mach mal so ein kleines Intro-Video. Ist zwar ohne Musik und allem, aber ich wollte euch einmal so meinen Kanal vorstellen und einmal so zeigen oder sagen oder euch bekannt geben, was ich so mache. Und zwar, in meinem Kanal geht es hauptsächlich um Games. Und ich werde wohl größtenteils vielleicht mal News hochladen, aber größtenteils Tipps und so weiter, vor allem über Spiele, die ich gerade zocke. Also, es geht natürlich darum, es ist natürlich mein Hobby, ich mach ja natürlich noch nebenbei was anderes, ich will arbeiten und hab mir gedacht, weil es mir Spaß bringt und weil ich einfach Spaß dran habe, mach ich diesen Kanal und mache auch weiter. Ich merke auch, dass es den einen oder anderen vielleicht gefällt. Ja, also, Tipp-Videos, News über Games. So, jetzt höre ich mal meinen Kanal, der Name ist Banks Games, hier oben seht ihr das Banner momentan als Hintergrund Red Dead Redemption, weil gerade das mein Hauptspiel ist, was ich gerade zocke. Und ich werde wohl das Banner immer anpassen, je nachdem, welches Hauptspiel ich gerade zocke, wozu ich am meisten Tipp-Videos raushaue. Ja, und jetzt gehen wir mal auf Videos. Hier haben wir alle meine Videos. Von oben bis unten. Wie ihr seht, habe ich zuletzt hier ein paar andere Videos hochgeladen. Davor kamen sehr, sehr viel Red Dead Redemption, viele Tipps und so weiter und so fort. Mein erfolgreichstes Video war allerdings Assassin's Creed Origins, hier zur Knick-Pyramide des Novo. Das war nicht mal ein gutes Video, also ihr könnt es euch ruhig angucken, aber meine Stimme ist da nicht so gut drauf zu hören. Aber es ging einfach um die Informationen und das hat anscheinend ziemlich vielen Leuten geholfen und ziemlich viele weitergebracht. Deswegen habe ich bei dem Video 45.000 Klicks, also darüber freue ich mich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein herzliches Dank an alle, die mich abonnieren. Also ich habe jetzt fast 200 Abonnenten, habe jetzt fast 100.000 Aufrufe, wie man hier sehen kann. Also auf jeden Fall richtig coole Sache. Ich danke allen für die Aufrufe und für die Abonnenten und hoffe, dass es weiterhin so bergauf geht. Und aus genau sieben Grund dachte ich mir, ich mache auch dieses Video. Hier haben wir noch Playlists. Hier habe ich ein paar Playlists gemacht. Da kommt jetzt noch Jurassic World Evolution dazu, da ich dazu jetzt auch mal wieder ein paar Videos machen werde. Was heißt auch mal? Ich habe ja noch nie Videos dazu gemacht, aber ich werde es auch mal wieder zocken. Ja, und hier haben wir noch die Kategorie, Kanäle. Allerdings, hier sieht man alle, die ich abonniert habe und so weiter. Dann haben wir hier Diskussionen. Das ist ja aber alles ja nicht relativ normal, wie auf jedem Kanal. Jetzt kommt noch mal ein neues Video dazu, und zwar hier mein Vorstellungsvideo. Ich bin eigentlich der Einzige, der diesen Kanal momentan betreibt. Und ach ja, was ich noch sagen wollte, wir sind auch zu finden auf Twitter und auch auf Facebook. Wobei ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass Facebook nicht funktioniert. Das würde ich noch mal gucken. Aber Twitter funktioniert auf jeden Fall. Einfach Hashtag Banks Games eingeben und dann müsstet ihr uns oder mich, eigentlich finde ich sage immer uns, weil das klingt irgendwie besser, weil ich als Banks Games klingt irgendwie doof. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr weiterhin am Start bleibt, hier bei meinem Kanal. Ich werde auf jeden Fall noch Videos bringen. Schreibt doch mal sonst in die Kommentare vielleicht, worauf ihr Bock hättet. Ich kann vielleicht auch mal ein Let's Play starten oder sonst was. Hätte ich auch mal Bock drauf auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr kommunikationsfähig. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann gebe ich Antworten und so weiter und so fort. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.